Kirmes News mit Rene Unger Wagner Die gute alte Walzer von Vorlappen und Nöken, die jetzt auch den Namen Music Express, ist in Russland. Pein Kirmes wird auf jeden Fall die Viva Kuba kommen von Hartmann, dann Niederfrühlingsfest wird der Autoscooter Music Scooter von Seibert kommen, dann die Steinhardt-Kirmes kommt der Crazy Vegas von Lehmann, dann der Heilbrauner Mai-Fest, der vom 30.04. bis zum 4.05. los stattfindet, wird auf der Theresium-Wiesel stattfinden, auf der Mannheimer Mai-Messe wird der Jupiter-Riesenrad von Kipp und Bart kommen und einmal zum Schluss die Kranger Kirmes, die Breakdancer Nummer 2 von Bonner. Wenn Ihnen das Video gefällt, einen Daumen hoch, wenn Ihnen nicht das Video gefällt, einen Daumen runter und wenn ihr nichts verpassen möchtet, mich einfach abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer René Wagner.